Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Den heutigen Predigtext finden wir bei Markus Kapitel 1, die Verse. Dort schreibt der Evangelist, von der Synagoge gingen sie direkt in das Haus von Simon und Andreas. Auch Jakobus und Johannes waren dabei, aber Simons Schwiegermutter lag mit Fieber im Bett. Gleich erzählten sie Jesus von ihr. Er ging zu ihr, nahm ihre Hand und richtete sie auf. Da verließ sie das Fieber und sie brachte ihnen das Essen. Nun, was wollen uns diese Bibelferse sagen? Versetzen wir uns doch einmal in die damalige Zeit. Tagchen, wo sie gerade reinversetzen sagen, lassen sie mich mal. Ich hätte da nämlich was zu zu sagen. Entschuldigen Sie, wenn ich mich vorstellen darf. Ich bin die Schwiegermutter von Petrus. Also von Simon, wie er damals noch hieß, seine Frau, seine Mutter. Und ich dachte, ich komme mal vorbei, um ihnen zu erzählen, was damals wirklich passiert ist. Weil die Jungs haben natürlich, als sie das Evangelium aufgeschrieben haben, mal wieder die Hälfte unterm Tisch fallen lassen. Da steht nämlich nicht drin, was wir damals für ein Zoff in der Familie hatten. Also, das begann nämlich damit, dass mein Schwiegersohn, der eigentlich ein ganz tüchtiges Familienoberhaupt war, eines Tages vom Fischchen nach Hause kam und sagte, Mutter, wo haben Sie sehen können, dass wir eigentlich ein gutes Verhältnis hatten. Sagt er, Mutter, ich hänge die Fischernitze ab heute am Nahrl. Was sage ich? Ja, sagt er. Ich sage, du spinnst wohl, was ist denn mit dir los? Nee, sagt er. Ich habe nämlich am See den Wanderprediger Jesus von Nazareth getroffen. Und der hat uns erzählt, dass Gott für jeden seine eigene Bestimmung hat. So eine Art eigenen Auftrag, so oder so. Und dem muss ich jetzt mal folgen. Ach, sage ich mir. Dann ist er wohl ein schöner Heiland, dieser Jesus. Und dann hat er dir wahrscheinlich auch erklärt, wovon die Familie in Zukunft leben soll. Da hatte ich ihn aber auf dem falschen Fuß getroffen. Ja, stammelte er. Der See sei ja groß und voller Fische. Da ist doch für jeden genug da und man müsste ja nur so ein bisschen teilen oder so. Sag ich, das könnte dir so passen. Der Herr macht sich aus dem Staub und lässt eine Familie als Parasiten und Schmarotzer im Dorf zurück. Da hat er sich dann ein paar Tage nicht mehr bei uns blicken lassen. Bis Ende der Woche schleicht er sich zu mir in die Küche rein und sagt, ja, er hätte sich das jetzt mal überlegt. Er wolle uns seine neuen Freunde und vor allem dem Jesus mal vorstellen. Und da dachte er so, er lädt alle am Sabbat nach der Synagoge zum Abendessen ein. Dann bin ich aber aus der Pantoffel gesprungen und sagt sie ihm, erst bringst du die Familie durch deine neue Tour ans Hungertuch und dann lädt sie noch der ganze faule Bagage zum Essen ein. Nur über meine Leiche. Ich rühre keinen Finger für den faule Gesocks. Eher lege ich mich totsterbenskrank ins Bett. Der Sabbat kam und als es Mittag wurde und alles nach der Synagoge ging, dachte ich mir, so, jetzt legst du dich mal flach. Pflegst du dich mal ein bisschen und schaust mal, was passiert. Und das dauerte auch nicht lange. Da hörte ich die Truppe schon unten im Haus poltern. Und wenig später klopfte dann meine Tür. Ach, dachte ich, jetzt kommt er sich beschweren, warum das Abendessen noch nicht fertig ist. Ich sag mal, herein und dann glauben sie gar nicht, wer da in der Tür stand. Der Herr Jesus höchstpersönlich und erkundigt sich nach mein Wertes Befinden. Ich aber, sie kennen mich ja, ich habe mit dem Ärger nicht lange hinterm Berg gehalten und habe ihnen aber so richtig meine Meinung gesagt. Da hat er doch Verständnis für gehabt und sagte, dass er meine Sorgen gut verstehen kann, aber der Simon, der bräuchte jetzt mal Zeit für sich, um für sich mal zu gucken, was er aus seinem Leben machen möchte. Gott hätte uns nämlich nicht nur für die Arbeit und die Pflichterfüllung geschaffen, sondern hätte uns ganz wunderbare Fähigkeiten und auch die Gabe zum Träumen geschenkt. Und aus dem könnten wir ganz viel machen. Und dann fragte er mich doch tatsächlich, wann ich mir das letzte Mal erlaubt hätte zu träumen und auf meine innere Stimme zu hören. Oh, da kann ich Ihnen aber sagen, der ist mir ganz anders geworden. Ganz heiß wurde es mir. Und mir fielen schon die einen oder anderen Träume von früher ein. Ja, aber was ist mir aus meinem Leben geworden? Und da spürte ich, wie mir die Tränen hochkamen. Oh, war mir das peinlich. Und ich weinte und ich weinte. Und er legte nur ganz still seine Hand auf meine Hand und schaute mich an. Ja, das tat weh, kann ich Ihnen sagen. Zu erkennen, wie wenig ich in meinem Leben auf meine innere Stimme gehört hatte. Immer nur schauen, dass der Laden läuft und dass die Familie wohl auf ist. Und dann schaute er mich an und ich spürte, dass es gut war, meine Träume nicht zu vergessen. Und so kam die Kraft langsam wieder. Und dann sprang ich noch vor seine Augen aus dem Bett und sagte, so, und jetzt macht die Mutter den Jungs erst mal was zu essen. Und den Rest, den kennen Sie ja, das steht ja im Evangelium. Aber ich dachte, ich komme mal vorbei und kläre sie mal über die Hintergründe auf. Weil ich mir denke, man kann so auch viel mehr Positives aus so einem Text rausziehen. Und im Übrigen, Streit kommt ja in den besten Familien vor. Sozusagen auch in der Familie vom ersten Papst. Ja, denn das ist dann hinterher noch unser Simon geworden. Und da sind wir alle mächtig stolz drauf gewesen. Hey! Vielen Dank.